Beim Sport habe ich jemanden kennengelernt, mit dem ich heute immer noch ganz eng gefreundet bin und der mich mein Leben lang begleitet. Nämlich beim Handball. Beim Handballspielen habe ich ihn hier kennengelernt. Den inneren Schweinehund. Weil beim Handball galt es immer wieder darum, auch wenn man nicht mehr konnte, sich nochmal zu überwinden. Die Kolleginnen und Kollegen, das Team hat einen immer motiviert und man ist immer noch ein Stück weiter gekommen. Und das ist einfach eine unglaublich tolle Erfahrung und das motiviert einen so. Und auch hier im Parlament, im Landtag von Nordrhein-Westfalen, brauche ich bei meiner politischen Arbeit immer wieder den inneren Schweinehund, den ich überwinden muss. Sei es morgens, wenn man ins Büro kommt, sei es, wenn man eine frustrierende Sitzung hinter sich hat, sei es, wenn man verhandelt. Und deswegen sind wir beide seit den frühen Jugendtagen unzertrennbar. Und deswegen ist der innere Schweinehund auch ein fester Bestandteil meines Büros.